Mein Name ist Martin Buch, ich bin 59 Jahre und bin Modehändler in Hofheim seit 18 Jahren. Am meisten Spaß macht mir in diesem Beruf die Vielseitigkeit, die Abwechslung. Jeden Tag geschieht etwas Neues, der Umgang mit Menschen, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern. Wir führen klassisch sportliche Damenmode von den führenden Herstellern. Hofheim ist eine mittelgroße Einkaufsstadt mit dem Slogan Alles da, alles nah. Das heißt, das gesamte Einzelhandelssortiment wird fast abgedeckt und auf relativ kurzen Wegen erreichbar.